Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video und ja endlich mal ein Video wieder von mir Ich habe jetzt mein PC wieder seit dem siebten oder was immer Ja genau seit dem siebten Also nicht wieder ich habe einen neuen viel viel besseren Ja und dass ich wieder da bin möchte ich mit einem Einstieg machen halt mit einem Livecom TV bei Black Ops 2 Ja okay Ja okay das sei jetzt irgendwie länger als gedacht Ist auch nicht herum Egal Wir spielen mal mit Sniper Falsche Egal müssen wir Dann kurz mit der hier spielen Alter Oh fuck Nein Komm Kleiner Wichser Alter Scheiße Scheiße wo kommt der Von wo war der denn Ja der wusste jetzt auch genau dass ich da bin Alter Egal auf jeden Fall Ich bin halt wieder da Freut mich auch Und Hoffentlich Leck Haben wir einen guten Einstieg Miteinander Wieder Oh Noob Ich bin mal seine Waffe auf Ich lerne es jetzt zu snipen Und falls ihr die Frage was für eine Grafikkarte ich habe Irgendeine Nvidia Grafikkarte Wow Das war knapp Ja wie er wieder geschluckt hat Ich muss mich so übelst auf die Steuerung wieder Gewöhnen Gott Jetzt habe ich die ganze Zeit wieder auf Konsole gezockt Oh man So ein Noob ey Sorry wenn jetzt meine Tastaturen meine Morse hört Boah Appel 7 Oh Gott Zeigst du du Schwuchtel Zeigst du du Schwuchtel Zeigst du du Schwuchtel Leute ihr habt es gesehen der war hier ne Ihr habt es gesehen der war da Da ist noch einer Mann guckt euch das an wie die Boah was für Schwuchtel man Ey ich muss mich so am PC wieder dran gewöhnen alter Oh Gott ey Mann immer lauf ich in die falsche Richtung alter Außerdem kann ich grad die Leute nicht hören Weil mein Ton aus ist alter Okay 93er Ping das ist sehr sehr schlecht Aber ich schaue Leute nebenbei noch MW2 grad Achso 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 Geh doch hoch man Wichser alter Für die mal campen man Gibt's doch wohl nicht Kick Kick ist für alle da Ups Oh Gott Leute sorry dass ich das so schlecht gespielt habe Alter ich glaube wir machen mal noch eine Runde ne Weil das etwas zu kurz ist und ich kaum Kills gemacht habe Ich mach mal bei mir kurz den Ton an Achso So 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 wenig reicht mir auch Ach Egal alter ich mach einfach Chat aus man solche Missgebote nerven mich Achso Sorry Ähm Alter Alter Hier mal ne Statistiken ich bin richtig schlecht Hier alter Oha 4 mal alter krass Ähm Ähm Ich hatte nicht mal einmal den Ich habe mich vorhin richtig gut mit dir eingespielt Ich habe mich vorhin richtig gut mit dir eingespielt Ja Das dauert jetzt wahrscheinlich weil ich Gerade zu langweil Weil ich wahrscheinlich so viele Programme offen habe Normalerweise dauert das immer so 2 bis 3 Sekunden Hmm Marius ist auch gerade verreist Ja All genau auf der Konsole habe ich noch paar Nuklear Gameplays Nicht nur von mir also gar keine von mir Von nem Kumpel Also Level Also er hat sich äh So sitzen lassen und einen Account gemacht und gleich mit Level 1 Nuklear gerissen alter Okay komm das dauert jetzt irgendwie etwas zu lange Die anderen spielen wahrscheinlich schon Mann Leute Ist vielleicht wegen Open Broadcaster alter Oder wegen LOL Ist gerade auch noch installiert ABO War ja klar Na egal Leute Sorry dass das jetzt nicht geklappt hat Und ja Wir sehen uns beim nächsten Kommentar Tschö